Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Bald starten die Skiferien und die D-Schule bereitet euch bestens darauf vor. Hier am Zuggersee kann man höchstens surfen oder Wasserski fahren. Aber dafür wäre es im Moment definitiv ein bisschen zu kalt. Ich habe von einem mystischen Skigebiet gehört, das hier ganz in der Nähe sein soll und wo es ganz bestimmt nicht grün ist wie hier. Aber bevor ich in die Berge kann, brauche ich noch die richtige Ausrüstung. Und dann gehen wir diesem Mysterium nach. Bis bald. Tschüss. Tschüss.